was war was du in die Sendung mit die er hat auch so ne blöde Kapp zu Ball Silvester wie hieß die Sendung? äh du nicht tun's wie wär so ein krasser Explosionsfass da sollte man nicht rausschießen wenn das schon am Leuten muss da sollte man da nicht rausschießen ich hab den Typen erledigt und mich auch Double Kill Fire Null ich hab nichts gesehen Dennis vor Granaten sind schon ziemlich geil eigentlich war Blutchen so selten die waren doch auch schon ne ne hier waren wir auch schon ich mein ja hier haben wir den Fusel geholt ja Fusel ich glaub doch ihr vergesst einfach mal ne Kiste hab ich nicht gesehen bin auch gar nicht so weit Laugh Focus Laugh du wirst nämlich jetzt Schiffe versenken oh ja ich versenke ich hier ok mach überall nicht lang ey komm nehm dir drum hab ich schon gemerkt mach den Tuch und wir müssen noch hier auch noch gesucht frische Frische das geht nämlich folgendermaßen Leute komm mal hier hin da hast ne Explosionsfass verlaupt das ne Explosionsfass da hast du ein Schläger ja das hatte ich gar nicht ich will das zeigen ich will das zeige ich mir runtergefallen ok kurz nachladen weiter gehts ok das kann ich grad schlecht zeigen hast du ein Raketenwerfer ja wirst du den mal aus und schieß einfach mal in die Fläche da rein wo dieses grüne Ding leuchtet komm hier sind noch ganz viele andere Freunde ich will aber nicht spielen das grünes im Wasser das weiß ich nicht da guck du siehst die Füße denn das oder die müssen wir auch noch nebenbei sammeln 20 stück und es gibt 5 von diesen Feldern immer wo diese Lachen hier drin leuchten da muss man mit irgendwas exklusives wenn die Füße hat für Lampen das geht nur einmal oder ja wer ist nächstes das wird immer eben das müssen noch ein kleines wir betteln uns hier gerade richtig hart mit der ganzen Füße hauptsache derjenige der auch mit der todel da hinten rum das ist ne noch gar nicht auf ich will doch nicht rum ich kill ja alles weil ich bin da Babo raus wie ist denn wer das Babo ist über Schüsse ja Kevin rüge sich mit dem Schläger und krieg sie nicht down da kommt noch ein zweiter Blut Blut für die Welt das ist ein Piratenschiff ja mach's kaputt au da sind ein Typen drauf mit einem Raketenwerfer drauf mach's kaputt Leben da im Amor Zucker war das Mensch versenkt es ist ein bisschen untergekommen mit einem kleinen Ausbeezchen mit einem kleinen Ausbeezchen uuuuuh ich will für einen alter tschüss kreppi peperoni kreppi kreppi ppe kreppi kreppi ppe ppe kreppi Er hat einfach ins Wasser gesprungen. Tötest du das Wasser ein? Nein. Ey Dennis, bei mir ist wieder so eine Kugel. Aua, hat mein Schild kaputt gemacht. Wo ist er hin? Los, ich brauche Heilung. Oh nein, er schießt auf das andere Kugel. Oh, kleines Viech, verpick dich. Wieso gegebenenfalls redest du mir mit dem Schild nicht? Ah, jetzt. Arm. Aber das Beste, einfach mit dem Raketen einfach auf den Boden ballern und du lebst wieder. Jetzt hinter dir ein kleines Viech gekillt. Easy. Oh nein, kein Problem. Putz, ich lebe wieder. Oh, das hätte ich fast alle gekillt. Ich hab' den Raketen-Werfer, alter, der ist so geil. Ich hab' den Schiff versenkt. Ja, wir haben Schiff von Wecken gespielt. Ja, und jetzt brauche ich irgendwen mit Raketen-Werfer oder Explosiven-Granaten bitte. Ja, hab' ich. Wo bist du? Nee. Okay, oder? Ich hab' da gar nichts drin. Fuck. Oh, hier war ein bisschen noch vorbei. Okay. Gelaufen. Muss man mit dem Raketen-Werfer ins Wasser schießen? Oder was passiert? Oder mit einer Explosiven-Granate. Ja. Dann geht das auch. Der Fisch ist hoch. Dann musst du die einsammeln und dann irgendwann Quest fertig. Da hinten hin, Lady. Hier ist noch eins, Kevin. Schießt du hier nochmal hin? Okay, machen. Wui! Ich bin leer, gerade. Das liegt aber nicht hin, Patrick. Hallo? 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 Tester 1, 2, 5, 1, 2, 5. Ich bin unterwegs, ich komme zu euch. Fischis! Das ist aber ziemlich krass, ne? Dafür, dass das Ding hier so sanft, leicht ist und du da mit Raketen-Werfer reinballern musst. Ja. Ist auch noch die einzigsten Flasche, die da drin leben. Nein, Tom. Das machen wir nicht. Verlustig gewesen. Wie wenig Schaden denn mit dem Raketen-Werfer trotzdem macht? Wie viel macht er da denn? 500? 100? Warte mir auf. Jetzt loot! Er macht nur 300. Das war meins! Du Dreckiger Frise. Aber ich werde angestiegen. Was? Müssen wir hier herziehen. Müssen wir nur abgeben, oder? Oh, da haben wir hier noch eine. Ne, hier haben wir keine Feuer. Okay. Boah! Wir müssen noch lang. Oh, Leute. Das ist wie der Marsch der Welt. Alles gut, ich bin schon mal ein Predeporter. Ich habe nichts gesehen. Hier geht's weiter. Kein Ding, hier liegt mich gut. Ich bist so ein Penner. Ey, wusstest du, dass hier voll das Wasser ist? Nein, echt das Wasser? Nein! Guck dir das mal an! Ja. Da ist Wasser. Das sieht irgendwie voll nach... Nein, ich will jetzt gucken. Ich habe gerade... Mano. Wenn du bei einer Sekunde Escape drückst, geht das nicht. Das habe ich auch schon versucht. Escape funktioniert sowieso nicht. Aber bist du auch im Menü, oder nicht? Oder ist das Menü nicht? Nein, das Menü zählt nicht. Du musst L, M oder I drücken. Die hat sich I gedrückt. L, M, I! L, M, I! Und jetzt bin ich I drücke! Und hier gleich ins Knie! Autowagen! Patrick, warte doch einfach mal. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Hat er gemerkt. Kann ich mir eigentlich Ti Tu? jetzt kann es hoch aber geht's jetzt warten wir die beiden aus Prinzip aus Prinzip ja Prinzipiell ist das nicht aber nur Prinzipiell mal sehen wir uns übergematscht hey da sind Scheinwerfer rechts die meinte ich ja auch nicht ja schon wieder sind Metallplatte Meint ihr nicht die Laserstrahlen? Nein Laserstrahlen kommt von den Dingen was Kevin schon gesagt hat aber ich meinte diese Scheinwerfer wo ich dachte dass Kevin sagt das sieht aus wie ein Laserschwert Juuu Juuu Das ist das viel cooler Dennis was macht ihr eigentlich? Das liegt halt draußen Wurde ich auch grad sagen Alle meine Deckung Na ja auf Kriege Tschüss ey Wann müssen wir denn hier nochmal rein? Weil wir jetzt den anderen Typen töten müssen Achso Weil der sich eben gedacht hab ich spawn jetzt nicht oder was? Ne ich wollte eben so einen Buda geschüttet haben Achso Jetzt holen wir meinen anderen Buda damit wir einen Buda-Zäpfchen haben Ein Geschütze ist immer noch da Alter wollte ich verarsch? Oh mein Gott wie viele Geschütze sind denn hier? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Alter ihr wollt mich doch verarschen Geh? Ist ein Bruder groß Nein das ist nur ein Buda-Z Hä? Warum bin ich einfach tot? Ich bin gleich tot Warum bin ich jetzt einfach so gestorben? Geh Wieso bist du soweit innen? Ich lebe wieder Ich hatte noch locker die Chance aufzustehen alter Ja Was für Piesskopf Ich wollte 20.000 hat mich das gekostet Jungen Alter Patti Wie sollst du denn bei mir keine Waffe in der Hand? Keine Ahnung Weil das so sein muss Da ist meine Waffe ja unsichbar Da laufen sie sofort wieder zum looten Loot 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 Is Fahr ist geschützt Fahr ist geschützt Das ist vielleicht down Zack Zack. Nächste müsste jetzt aufbauen sein. Hat man nicht eh noch Medikits eingesammelt? Wie kann man die aktivieren? Nur wenn du mal extra Medikits hast. Die hab ich wahrscheinlich nicht. Aber die werden ein Stück um meinen Ventar, ne? Wo bist du? Ey Kevin, bleibt mal stehen. Warum? Weil ich welche hab. Wenn Dennis mit dem Raketenwerfer auf mich schießt, ist das auch schon in Ordnung. Hat er das denn gespielt? Das war mein Maschinengewehr. Ja. Wenn der Friede gespielt hat, ist das ziemlich okay, ja? Ja. Oh, ich hab gar keine Raketenkommunie mehr. Mann, Mann, Mann. Und da viel zu viel rumgeballert hier. Er war in die Luft gegangen neben mir. Das war ich. Partik ist so wütend, er geht einfach in die Luft. Oh, hier gibt's Waffen zu kaufen. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Was denn? Ich lieg hier im Tod neben dir. Stürp, schürp, schürp. Ich hab mich den Typen erst zu töten. Weil sonst sterb ich da auch bei dich zu heilen. Ah, Quatsch. Ah, Quatsch. Ich hab mich den Typen gekostet, Junge. Ich bin jetzt ganz lustig. Äh, leise noch Geschütz. Aua. Mit den Raketen. Mit den Raketen. Aua. Mit den Raketen. Aua. Mit den Raketen. Mit den Raketen. Mit den Raketen. Mit den Raketen. Ich schützt kaputt, Junge. Oh, Leute, der hat auch eine Raketen. Hi. Ah, du bist so special, Jude. Du bist ja verrückt. Ripp doch. Nein, ich wollte mich wieder blieben. Auf die Beine, Soldat. Lut, 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 Lut. Lut, Lut, Lut. Man, ich lege es, den kann ich nicht looten. Haha. Unser Telefontusse ist wieder weg. Die mailt sich. Okay. Schon alles gelootet. Ja, ich hab's noch nicht genau gesehen. Wir stehen da alle vor diesem komischen Zwischenboss-Typen und Kevin rennt erstmal hoch und macht die Kiste auf. Kiste hatte ich schon vorher aufgemacht. Die hat die Pate gemacht, ist so. why? Das war so schön, wach. Tschüß! Peck mit dem Auto hier! Einfach mitnehmen. Oh, Leute! Leib macht Spum. Warte, 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 warte. Ey da war's. Ihr Penner. Wir sehen wieder neues. Warte, ich muss jetzt gucken, wo wir hin müssen. Müssen wir nicht hier hin? Ja, wir müssen hier bleiben. Da oben rein. Du musst hier da oben rein. Da hoch. Ja, hier rein. Keine Fahrt, ich gelohnt. Ultra. Kann auch schnell. Geh mal mit denen in die Flätelein. Geh mal mit denen in die Flätelein. Geh mal mit denen in die Flätelein. Gut, gut, gut. Gut, gut. Ich sehe zwar nichts, aber die Namen, das reicht. Da sind die Viecher nicht rum. Geh mal mit denen. Ja, das ist meine Hilfe. Das ist bescheidene. Das ist gut. 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 Ich bin ertrohrt. Ich will es euch ja wenn mir slave. Ich möchte wissen, dass weowned. Ich liberty es würde. Ich bin gespannt. Der Name ich blonde meinte. Ich was hast du vor wer weg mit dem dreck weg mit den kuscheln und dran wie bei Prozent Prozent aber wie soll man den Film mit ihm vorhanden und wo die die Wüste fahren Mad Max Euro soll er mich auch gerade vor den Wagen gestorben sehen Eheuern für meine kann sich hier aufladen ich war ja so finde ich hier hin und der andere Shop geht wahrscheinlich immer noch nicht weil Patrick den einfach nicht rausrücken will da sind bestimmt mega geile Waffen drin und deswegen lässern zu das ist so aussagt der Laden geht was hier ist ein Revolver mit 280 Damage drin, alter Vater was habe ich für einen? 380? alter kauft hey bei mir ist der Laden auch da hier ist eine 318er Sniper das war aber zu schlecht jawoll Alter wir fänden Revolver Leute jetzt habe ich einen Revolver mit 189 zu abgeben wer will wie viel? 189 ne meine hat auch über 200 ok ich habe da noch einen Raketenwerfer mit 4x Feuer Damage der hat 529 Damage oh Junge ich habe einen Leviathan gesundheit ich zeig ihn euch mal nur hier guck mal das ist ein Leviathan der haste gerade eben aufgesammelt und was macht der? der schießt fallende Raketen siehst du das? fallen runter cool das ist echt voll cool richtig knorke wir kommen das unpraktisch vor der macht 404 Schaden ich habe auch einen Leviathan der hat 4x4 das ist ja voll schwach man richtig also das war die Quest Belohnung ja Dennis ich habe hier eine Reifen mit 111 Damage ich weiß es nie ob ich diesen Leviathan ich weiß es nie ob ich diesen Leviathan man macht 146 ich glaub die andere der was ich gegeben hab der ist besser ja jetzt hab ich mir gerade einen Raketenwerfer gekauft und der ist schlechter als der Leviathan den ich bekommen habe nice schönes Ding hat einer noch ein Schild was unter 300 hat? ich habe eins mit 544 alter wo was ist das denn hier? die war das ist ja gar nicht oder so ich habe jetzt eins mit 317 das hat gesundheitsboost 30% auch noch braucht halt einer ne nämlich cool ist das? ja ist ein bisschen besser als meins wartet mal wartet mal äh hier dankeschön ja unter euch mit 1 weg von weg dem ihr braucht mom mom nehm ich mal nehm ich mal Old Haber erkunden wenn wir können wir weiter von mir aus sag ich auch mehr als zwei Schuss der ist richtig fett vom Damage her der macht voll Puff Junge Puff 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 Dennis kann doch nicht weiter wie es aussieht ich finde der andere Revolver eh komisch der hat auch so ein Trommelmagazin weil da waren nur zwei Schuss drin das war voll weird dann kanns machen hey ho let's go gehen jetzt erstmal wieder zu ahl it's crazy ahl ahl noch mehr Quest annehmen können jup Junge dann gehen wir zum middle of noel und nehmen da auch noch weitere Quests an und dann machen wir das in Old Haven Junge Old Haven ist die Main Quest? Ich empfehle euch übrigens für Old Haven egal wie gut eure Waffen habt habt ihr ne Säure Waffe rüstet sie aus Warum geh ich schon wieder am Shop? ich war doch gerade oh man ey ich bin froh dass es keinen krassen Multiplayer so Dings hat und dann ein äh wie heißt das äh Auktionshaus bei der hätte ich echt Probleme dann würde ich da nicht mehr rauskommen boah ich war einfach weniger ich war 600 damage an dem Fiend äh ihr könnt euch jetzt übrigens nach ähm middle of nowhere porten wenn ihr wollt hast du das angenommen oder warum? ich hab hier nen Quest angenommen ja middle of nowhere rasko weil middle of nowhere gibt es auch noch im schwarzen Brett Quest noch mehr alter wie viel gibt es insgesamt? das weiß nicht hast du nicht gezählt? ne ich hab mit meinem Kumpel ja auch nicht alle gemacht ja auch mal wuah gut 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 jetzt wieviel macht dein sturmgewerb für schaden hier ist ein raketenwerfer mit säure den kann sich einer von euch gönnen wie viel damage 398 aber es ist egal gönn ihn dir ja ich habe auch einen mit säure ja für oldhaven brauchen wir alles säure mögliches was ihr habt ok raketenwerfer ausrüsten dann müssen wir halt mein jetziger säure raketenwerfer easy da müssen wir auch erst noch hinfahren weil da sind wir noch nicht gewesen deswegen müssen wir da noch auch einer einen 357er säure raketenwerfer ja ich war bei denen der ein plan hat mit und dann habe ich auch ein plan halt so tun wird recht gut die müssen auch zu können und er fahren und das ist jetzt auch noch kommt er hat schon mal vor ich tröte mich dann was mega cool wäre draufklicken kann ich will mich zum anderen auch noch zu bettieren können wir so zu portierautos über den stellen das wird er wenn die entstehen dann besser praktisch bleiben wir stehen und beide denken kraftvoll wenn man auch so zerstören könnte ich glaube niemand irgendwo ankommt ja eingeparkt oldhaven und dahin kommen wir nicht porten weil wir den port noch nicht frei haben richtig richtig ich bin kein muka edith ja kevin ist voll explosiv heute ihr seht die typen im lade screen schon ja swat ihr haben rüstung säure gut gegen rüstung nicht säure nicht gut gegen rüstung also deswegen alles was ihr an säure aus rüstung sprechen hallo was mit euch dann kommt mit dem sprechen wir sind nicht so gesund aus kollegen das ist schon ein hinweis auf gift ne nö was ist denn hier passiert in oldhaven das darf keiner sagen deswegen gibt es einfach newhaven ne die wurden halt ausgerolle ausgerottet hier ne das sieht aber ein bisschen aus wie newhaven nur in kreis deswegen hier auch oh hi was wir freuen leider hat ein geschütz aufgesteckt der Typ hat einfach mal ein geschütz aufgestellt was ist das für ein dude alter also so einer wie ich ja der ist nur so maschine wäre kacke heu ah kein ding easy double kill hier medikate warum sagst du das denn alter ich freue mich selber du penis guckst aber sag ich mal wieder meine solo auktion hier ich komm mal zu euch oh hier gibt es auch wieder geschütze Hansenlands sie haben banditen angeheuert um den verkehr zu blockieren dann haben sie sie getötet statt sie zu bezahlen ein geschäftsgeber das sich kaum austritt da gehört ja ja ich hab das geschützt gekillt ich bin dein health wow wenn wir das ja hab ich schon gedenkt guck mal da gibt's mini-sauern guck mal da gibt's mini-sauern guck mal da gibt's mini-sauern er hat selber ungesagt glaube ich ja aber Raketenwerfer direkt vor einem Ballern ist nicht die beste Idee ja ich weiß nicht unbedingt ah ich hab jetzt noch so ein blöder panda mit dem Schild oh leil hinter auf aaaaaaah mamma mia oh der hat schon wieder so die scheiße amg kacke 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 Also da wird sonst wo wir gegner vortrag über den anderen seiten strafft sich unterwegs die wohl gibt es so ein wird also ein mann personen sound dinger saunageräte irgendwas funktioniert ich hätte schon immer da ja das überlebe ich nicht neue starke ne ich glaube das überlebe ich nicht aber nicht wenn ich unterkommst du überlebig nicht und leute wie viele das nicht das sind nur ein gerade das ding kaputt ja ich glaube oben sind auch noch welche die tonner um glaube ich ihr könnt ihr jetzt verstehen warum ich gesagt habe ich kann auch mit meinem normalen reinballern der menschen oder fest den rauch leer den rauch leer ne das ist ja noch einmal schuss drin wenn ich damit einmal nachgeladen habe achso aber die anderen waren auch mit säure eben tot also getötet worden what the heck was ist mit denen denn hier los der da hängt die paar die da hängen ja ja der hängt halt ab die schillen da so ein bisschen leben 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 das sieht echt schlecht aus mit geschützten wieder ich will hier auch übrigens nicht zu lange bleiben weil wir sind noch aus genug echt wir müssen die rauchsignale löschen ja so alter was hat er mir gegeben vogel macht was hast du den vogel nur mit säure ausgerüstet kevin was den vogel selber hatte aber fast ich hab auch meinen die greiflichkeit gegeben ne aber so stimmt der aber der ist grad verbrutzelt versuchte ich zu retten aber er hat nicht geklappt ich wäre gerade am Leben gewesen und über die Gäste vorliegen da habe ich mir das trug A ich werde auch schon wieder dauern halt das Spiel das leckt bloß übel sorry ich brauche eine Sättung kann aber nicht an Pattegall griffen das schießt hier auf mich alter hinter dir ist ein Lohr ja, haben sehr gut Oh, Raketenmonie ist sehr geil hier das Geile ist halt einfach du kriegst halt übelst viele Granaten Mods und Waffen noch relativ viele Leute, das Spiel fängt wieder an ein bisschen zu verpackt zu sein der Typ hier steht einfach so da das ist nicht zu viel oh fuck, alles daneben ich bin der Held, alter aber du kriegst irgendwie Raketen ab oder sowas ja äh, kann mir besser hoch treffen, bitte? nein, bin auch down fuck, alter was ist denn los? der hat nen scheiß Super-Soldat, alter der ist verpackt, ich kann ihn nicht umgehen, aber er macht mir Schaden doch, Junge das ist schön komm, töte ihn dann rette mich ich versuch das ah, zu spät ja, ich muss so nachladen fuck wenn ich Glück hab, kann ich das Geschütz gleich kaputt machen oh oh oh, Raketenwerfung-Mini supergeil ich hab nur einen Schuss treff was mach ich jetzt höööööööh Das wird gut ich den哈囉 machen bam das Ding ist down loll dem hat den Kopf gerade explodiert huah ihö bikbbbbbbbbb oh ich habe mir die soe 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 schlag junge bei mir ist auch nichts mehr in den schränken und so weiter das schon wieder los kommen wenn du gleich wieder zum mond fliegst ne sagt bescheid zum mond ja wie das letzte mal oh mein inventar ist voll soviel gesucht dass mein inventarvolles alter so lang wenig irgendwann so enden wie die da muss noch eine sache irgendwie beworben ja du musst gucken worauf es da links vor allem schuld gelaufen und ich bin abgekriegt kratzt aber durch russer die mit dem so unterliegen großartig können wir auch gerade mit dem leben ich laufe so ein was aus so aus ich kann auch ich verfolge Bumf Geht endlich! Oh Scheiß Regen! Wir haben alle weg raus! Blech hier! Rückzug! Rückzug! Wollen die immer wieder, also dass das hier die Moment nicht passiert? Nein, irgendwie nicht! Hier ist ne Superkäste, aber da ist nix drinne, weil das Ding wieder verbackt ist. Wo denn Kevin? Hier. Warte, ich komme da hin. Kannst du da was rausnehmen? Könnte Dennis ja auch, wo er hofft war und wir nichts gesehen haben. Ich bin hier wieder raus, Mann. Mir gefällt das hier nicht. Ich finde New Heaven besser als Old Heaven. Ja. Kannst du das rausnehmen? Ja. Komm mal mit, Paddy. Dann. Hier mitkommen. Da ist noch ne Kiste. Siehst du die Sachen, die hier schweben? Bei mir schweben nicht, bei mir liegen die in der Kiste. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Es packt alles. Wie komme ich hier weg? Seid ihr ready? Sollen nach Hause gehen? Ja. Meinetwegen ja. Warte, warte, warte. Bist du beim Teleporter oder beim Ausgang? Teleporter-Ding. Okay. Woher wollen wir? Dann gehen wir nach New Haven. New Haven. Dann machen wir ein Päuschen. Ja. Einfach das Spiel restarten, ne? Und bei euch allen drei auf einmal Borderlands funktioniert nicht mehr. Das wäre sowas gewesen. Das wäre sowas gewesen. Das wäre sowas gewesen. Oder bei dir und wir fliegen alle raus. Das wäre natürlich auch lustig. Aha, seid ihr alle da? Ja. Dann gebe ich mal schnell den Quest ab. Und dann können wir uns verabschieden. Abscheuen können wir uns haben. Ey, jetzt weiß ich auch warum diese Dinger hier durchgestrichen sind. Welche? Die Plakate. Die hängen ja im anderen glaube ich nicht durchgestrichen. Das sind ja die Rebellen. Das sind die Grenzen, die Crimson Lens. Das sind diese Panzertypen. Die Crimson Lens. Da wollte ich einfach sagen, dass ein Fahrzeug gepackt gefahren hat würde ich wirklich hier bei der Wettung und dem einen Kommentarfreund. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Okay. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ach, f*** dich doch, Alter. Mal nid. Easy. Mh mh. Mh mh. Ich habe schon so wenig zu tun. Könntest du das mehr zu tun? Lass uns tanzen. Du willst es mit mir aufnehmen? Easy. Einer traut sich mehr. Wir dürfen nicht. Wir haben Friedenspakt. Wisse. Mh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017